Guten Abend, guten Morgen oder wann auch immer ihr das hier seht. Willkommen zu M23 aktuell, aktuell, aktuell. In dieser Sondersendung geht es um das kürzlich erschienene M23 23.1 und wir schauen uns mal an, was es dort so alles Neues gibt. Die wohl offensichtlichste Neuerung ist die Unterstützung von Debian 12 Bookworm als neue M23 Kleindistribution. Und dort habt ihr wieder die Qual der Wahl zwischen verschiedenen vorkonfigurierten Desktops. Dabei wären unter anderem mit dabei Mate, Cinnamon, Gnome, KDE, LXD, LXCute und Xfce. Und wenn ihr euren M23 Client als Server verwenden möchtet, könnt ihr die grafische Oberfläche auch weglassen, also im Textmodus installieren. Oder ihr könnt auch ein pures X-Org ohne Desktop darauf installieren, je nachdem wie ihr das gerne hättet. Debian 12 kann nicht nur für eure M23 Clients verwendet werden, sondern ist jetzt auch die neue Plattform für den M23 Server selbst. Also die ganze Server-Software läuft jetzt auch auf Debian 12. Ihr könnt zwar auch noch ein älteres Debian nehmen, ab Version 10, aber 12 würde ich empfehlen für Neuinstallationen. Daneben gibt es natürlich auch noch sehr viele Verbesserungen unter der Haube, die man jetzt nicht so unbedingt offensichtlich sieht. Bei M23 Clients mit Debian 12 wird jetzt auch der neue Softwarezweig Non-Free Firmware freigeschaltet, damit mehr Hardware sofort unterstützt wird. Also sowas wie WLAN-Karten oder Netzwerkkarten, die einen geschlossenen Binär-Blob brauchen. Also die Hardware-Unterstützung ist dadurch noch mal besser geworden. Dann wurde PHP-LDAP-Admin auf eine neue Version aktualisiert. Das ist ein Fork von der ursprünglichen Version und das ist jetzt die neue Version 1.2.6.6. Das Ganze funktioniert besser unter aktuelleren PHP-Versionen und deswegen auch unter Debian 12. Beim X2Go-Server, den ihr optional auf euren M23 Clients installieren könnt, stammen die Pakete jetzt nicht mehr aus dem X2Go-Projekt selbst, sondern kommen jetzt von Debian. Also von Debian 11 oder 12. Dann gab es auch noch einige Sicherheitsaktualisierungen. Unter anderem wird jetzt beim LDAP-Server die TLS-Verschlüsselung mehrfach überprüft, dass sie auch wirklich funktioniert und auf der Client-Seite wurde eine alte Bibliothek zur Authentifizierung durch eine neue Variante ersetzt, die deutlich sicherer ist. Dann habe ich natürlich auch wiederum sehr viel getestet mit M23 Auto-Test. Das ist so ein Framework, mit dem automatisch M23 Server installiert werden in virtuellen Maschinen und dann werden mit diesen frisch aufgesetzten M23 Servern auch gleich wiederum M23 Clients installiert mit verschiedenen Parametern, also verschiedene Desktops und dann wird an unterschiedlichen Stellen überprüft, ob ein Zustand erreicht ist, ob ein Desktop gestartet wurde, ob ein Paket installiert wurde und so weiter und so fort. Dieses System M23 Auto-Test habe ich an VirtualBox 7X weiter angepasst, sodass das insgesamt jetzt wieder sehr geschmeidig läuft. Zudem gibt es weitere Verbesserungen für parallele Testläufe von mehreren M23 Servern, die ja eigenständig IP-Adressen an ihre M23 Clients zuweisen, damit das Netzwerkbooten funktioniert. Da habe ich den Algorithmus so verändert, dass eine IP-Kollision deutlich unwahrscheinlicher wird. Weitere Anpassungen gab es auch für die Parameter von V-Box Manage. Das ist ein Kommandozeilen-Programm für VirtualBox, über das man virtuelle Maschinen anlegen, löschen, konfigurieren, starten, stoppen und so weiter kann. Da hat sich an den Parametern ein bisschen was getan, also teilweise ist die Syntax ein bisschen anders und die Groß- und Kleinschreibung bei VM-Namen ist jetzt wichtig. Also vorher wurde nicht unterschieden, aber jetzt muss man auch wirklich den Namen der virtuellen Maschine in der Groß- und Kleinschreibung wie VirtualBox sie gerne hätte angeben, sonst wird die virtuelle Maschine nicht gefunden. Dann ist mir auch noch aufgefallen, dass die VMs beim Runterfahren hin und wieder mal hängen bleiben. Da habe ich dann eine Routine dazu geschrieben, die das erkennt und die virtuelle Maschine einfach abschießt. Da sich die Boot-Priorität nicht mehr dynamisch gut ändern lässt in der neuen Version von VirtualBox, habe ich das jetzt so gemacht, dass jede VM auf jeden Fall mit einer leeren Festplatte angelegt wird. Die erste Boot-Priorität liegt auf der Festplatte und die zweite auf PXE. Da beim ersten Booten die Festplatte ja noch komplett leer ist, wird die erste Boot-Priorität übersprungen und sofort mit PXE weitergearbeitet. Wenn jetzt das Betriebssystem durch M23 installiert ist, dann haben wir ein bootfähiges System auf der Festplatte, dann wird einfach Neustart gemacht und das BIOS von VirtualBox, das startet dann über die Festplatte, das frisch installierte System. Das sind allerdings bloß ein paar Punkte, die ich jetzt mal rausgegriffen habe, um sie zu betonen. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Änderungen mehr. Die könnt ihr nachlesen im Change-Log. Das ist unter anderem verlinkt in den Folien, die ich hier zeige. Findet ihr unten in der Videobeschreibung oder auf der M23-Seite. Diese M23-Version steht ja ganz im Zeichen von Debian 12 und das nicht nur auf der Client, sondern auch auf der Server-Seite. So gibt es jetzt auch ein neues M23-Server-Installationsmedium, das auf Debian 12 und insbesondere dem Netzwerk-Installations-ISO basiert. Das neue Medium ist auch 64-Bittig statt 32 beim alten, hat eine deutlich verbesserte Hardware-Unterstützung und dieser Installationsassistent, den ihr vielleicht von einem normalen Debian her kennt, ist so ein bisschen modifiziert. So gibt es unter anderem oben eine leicht angepasste Grafik. Das ist Debian 12 for M23. Und viele von diesen Fragen, die der normale Debian-Installer an euch stellt, die sind schon mal voreingetragen. Und das Installationsmedium installiert euch bloß die für M23 nötigen Pakete, also kein Desktop, keine anderen Entwicklungsumgebungen oder sonst irgendwas. Also nur ein wirklich minimaler Satz an Debian-Paketen landet auf eurer Festplatte. Nach dem ersten Start von dem frisch installierten System wird ein Skript angeschmissen und das installiert die eigentliche M23-Server-Software von meiner Webseite. Ja, und nach einer gewissen Zeit habt ihr dann einen frischen M23-Server. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, da keine M23-Pakete vorhanden sind, ist dieses Installations-ISO auch nicht mehr an eine M23-Version gekoppelt, sondern bloß noch an eine Debian-Version. Also wenn es jetzt ein neues Debian-Trixi zum Beispiel, wird die Version 13 sein, gibt, dann werde ich da ein neues ISO machen, aber in der Zwischenzeit ändert sich nichts. Also die Debian 12 vor M23 könnt ihr so lange verwenden, wie es Debian 12 noch mit Sicherheitsaktualisierungen gibt. Jetzt noch einen kleinen Überblick, wie ihr an die neue M23-Version kommt. Es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten. Wir werten einmal die Aktualisierung von bestehenden M23-Servern, könnt ihr über die Oberfläche machen, also in der Web-Oberfläche euren Server einfach aktualisieren, oder ihr könnt das natürlich auch über APT und die weiteren Kommandos machen. Dann könnt ihr das neue M23-Server-Installations-ISO verwenden, oder ihr installiert die architekturunabhängigen Server-Installationspakete auf einem Debian 10, 11, 12 oder auch einem UCS, einem Univension Corporate Server. Dabei könnt ihr alles verwenden, was von Debian unterstützt wird. Also ob das jetzt eine ARM64-CPU ist, ARMD64, ein 32-Bit-Betriebssystem, ist vollkommen egal. Alles, was irgendwie durch Debian unterstützt wird, wird mit den M23-Paketen auch funktionieren. Jedenfalls auf der Server-Seite, auf kleinen Seite, sind wir an 32-Bit- und 64-Bit-PC-Systeme gebunden. Das könnt ihr ganz einfach installieren. Und über diese einzelnen Befehle hier, mit W-GET, ladet ihr von meinem Server ein Skript herunter, was die einzelnen Installationsschritte für den M23-Server steuert. Also da werden Paketquellen eingetragen, Signaturschlüssel eingetragen, dann werden die M23-Pakete plus ein paar Abhängigkeiten runtergeladen, installiert, konfiguriert und dann habt ihr einen M23-Server. Diese Parameter bedeuten hier, dass zehnmal versucht werden soll, meinen Server zu kontaktieren und dass es einen Timeout von zehn Sekunden gibt. Das sollte üblicherweise auch funktionieren. Wenn das nicht klappt, habt ihr wahrscheinlich ein Problem mit eurem Internet. Dann machen wir das Skript einmal ausführbar. Also über CRMod plus X wird es ausführbar. Dann solltet ihr immer noch mal reingucken. Das macht less, dann wird euch textmäßig aufgelistet, was da so drin steht in diesem Skript. Das solltet ihr prinzipiell auch bei anderen Quellen machen. Also vertraut nicht einfach darauf, wenn ihr ein Skript herunterladet, dass es höchstwahrscheinlich das macht, was jemand behauptet. Immer noch mal einen Blick drauf werfen ist immer eine gute Idee. Abschließend, wenn ihr meint, dass es alles in Ordnung ist, führt ihr das Skript so aus. Also Punkt-Skript-Skript-Name und da läuft die Installation durch. Das Server-Installationsmedium bekommt ihr von der M23-Projektseite, m23.sourceforge.io und irgendwann wird es auch noch in dem Univention App Center landen. Im Moment funktioniert der Safe-Service bei Univention nicht. Das kommt häufiger leider mal vor. Ich habe da schon ein paar Bug-Reports hingeschrieben und ich hoffe, dass sich möglichst schnell jemand darum kümmert, sodass ich meine M23-Pakete dort auch hochladen und euch zur Verfügung stellen kann. Aber in der Zwischenzeit könnt ihr auch gerne das Skript hier verwenden, auch auf UCS. Das ist genauso, als wenn ihr es über das App Center installieren würdet und üblicherweise, da dieser Prozess mit dort über den Univention Safe-Service hochladen so ein bisschen fehleranfällig und auch träge ist, werdet ihr dort schneller eine aktuellere Version bekommen als über das App Center. Von daher würde ich euch im Moment empfehlen, UCS ist okay, aber verwendet die Paketquellen, die ich hier über das Skript anbiete. Da seid ihr einfach aktueller mit dabei. So viel zur neuen M23-Version in Kürze. Aber natürlich gibt es noch viel, viel mehr zu M23 zu wissen und es gibt auch noch eine Menge mehr zu gucken. Unter anderem habe ich nicht für diese M23-Version ein Video gemacht, wie entsteht eine neue M23-Version überhaupt. Das ist zwar für die ältere Version gedacht, aber im Prinzip ist es genauso wie bei dieser Version abgelaufen. Dann gibt es noch ein paar Einsteiger-Videos, die sind zum Teil auch neu, also wie ihr einen M23-Server über das ISO installiert. Das ist neu, da erkläre ich in ganzer epischer Breite, wie ihr das so vornehmt. Dasselbe gibt es auch noch mal für die Skript-Installation. Da erkläre ich noch mal genauer, was da genau abläuft. Das ist deutlich länger als das, was ich gerade eben erzählt habe. Dann auch noch ein weiteres Einsteiger-Video dazu, wie ihr euren ersten M23-Client installiert und konfiguriert und dann noch ein bisschen mehr zu FreeIPA, wie das Ganze funktioniert. Das kommt aus dem Kundenprojekt. Genauso wie mit FreeRadius und FreeIPA, wie das so zusammenspielt. Zudem biete ich auch noch Dienstleistungen zu M23 und Open Source im Allgemeinen an. Wenn ihr jetzt Unterstützung beim Installieren von eurem M23-Server braucht, für die Konfiguration eurer Clients, zum Beispiel Paketierung oder Anpassung von Desktops oder zusätzliche Funktionen in M23 gerne haben möchtet, guckt gerne auf meine Dienstleistungsseite gooshabermann.de. Ja, das war es denn auch diesmal mit einem Spezialthema letztendlich und auch, wie man sieht, einem aufgehübschten Studio, was ihr vielleicht schon mal von dem Linux-Guides-Wochenrückblick in anderer Farbe und niedrigerer Auflösung gesehen haben könnt. Ansonsten macht es nach. Macht es nicht nach. Installiert einfach mal einen M23-Server. Spielt da mal ein bisschen mit rum, was ihr damit so alles machen könnt. Und ja, abonnieren, Glocke drücken und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017